CD Austria 6 2011. Ab 5. Mai im Fachhandel. Die neue CD Austria ist da. Der große Browser-Vergleich. Wer wird Surf-Weltmeister 2011? 16 Digicamps von 50 bis 1400 Euro für jeden das passende Modell im Test. iPad 2 Pro vs. Contra. Lohnt sich der Kauf überhaupt? Fotokünstler. Die beste Fotobearbeitungssoftware im Vergleichstest. Windows 8. Die ersten Infos zu den Neuheiten. TuneUp Utilities 2010. Das beste Tuning-Tool. Jetzt gratis. So läuft Ihr PC schnell, stabil und individuell. Weitere Vollversionen auf der DVD. Rescue Master 2010. Der Archicrypt Rescue Master 2010 rettet gelöschte oder verlorengegangene Daten. Das Programm kann außerdem Dateien wiederherstellen, die nicht mehr zu finden sind. Fotokommander 8. A Shampoo Fotokommander ist das einzige Tool, das Sie zum Ordnen, Bearbeiten, Präsentieren und gemeinsamen Nutzen all Ihrer digitalen Fotos benötigen. A Shampoo HDD Control. A Shampoo HDD Control kümmert sich um die Festplattenwartung. Dabei geht es darum, potenzielle Ausfälle und Abstürze bereits im Vorfeld zu verhindern. Slideshow Studio Elements. Mit der Shampoo Slideshow Studio Elements können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Diashows ganz individuell gestalten. 2000 Geräusche. Diese Geräuscheffekte geben Ihren digitalen Videos oder Präsentationen das gewisse Etwas. Alle Effekte liegen im universal einsetzbaren MP3-Format vor. Magic Video Converter. Magic Video Converter konvertiert alle gängigen Video-Formate wie AVI, MPEG, VCD, DVD, SVCD oder DFX und brennt diese auf CD oder DVD. Oracle VirtualBox. VirtualBox ist ein Virtualisierungsprogramm, das auf dem PC quasi einen weiteren PC nachahmt. Die Top-Themen im Heft. Mythos Apple. Was steckt hinter der Marke? Vom Nischendasein als eigenwilliger Computerhersteller zum weltweit dominierenden Hersteller von MP3-Playern, Smartphones und Tablets. So oder so ähnlich könnte man die Geschichte der Marke Apple kurz zusammenfassen. Doch was steckt dahinter? Bauen die Kalifornier rund um Steve Jobs tatsächlich die besseren Geräte oder erbrachten ihnen gute Werbung und geschickte Marketing-Tricks jenen Status ein, den sie heute haben? Lizenz zum Gelddrucken. Es ist schon erstaunlich. Facebook ist ein vollständig kostenloser Dienst. Dennoch sind dank dieser Plattform bereits sieben Personen zum Milliardären geworden. Allen voran der Gründer Mark Zuckerberg, dessen Vermögen Ende 2010 auf rund sieben Milliarden Dollar geschätzt wurde. Zeitweise war er sogar der weltweit jüngste Selfmade-Milliardär. Doch wer bezahlt diese Männer, wenn nicht die Facebook-User? Die Antwort lautet, eben diese. Nur nicht mit Geld, sondern indirekt mit den eigenen persönlichen Daten. Wer hätte das gedacht? Da hat dieser unscheinbare Gefällt-mir-Knopf, den wir bei Facebook und Co. mitunter allzu überäufig betätigen, bereits das Landgericht Berlin beschäftigt. Wie kann das sein? Hat der ordnungsliebende und streitsüchtige Deutsche nichts anderes zu tun, als wegen jedem Pixel zum Kadi zu rennen? Doch halten wir inne und meditieren wir mal ein wenig über dieses Symbol mit dem emporgestreckten Daumen. Was mag wohl dahinter stecken? Das und vieles mehr finden Sie in der neuen CD Austria ab 5. Mai im Fachhandel.